Hallo ihr Lieben! Heute zeigen wir euch, wie ihr eine leckere Lachs-Frischkäse-Creme selber macht. Die Creme eignet sich perfekt als Brotaufstrich oder aber auch als herzhafte Füllung von Berlinern. Für die Zubereitung braucht ihr ein Stück Zwiebel, Knoblauch, frischen Schnittlauch, Frischkäse, Schmand, Räucherlachs, Salz und Pfeffer. Zunächst schneidet ihr die Zwiebel, den Knoblauch und den Schnittlauch klein. Danach gebt ihr den Lachs in eine Schüssel und püriert ihn mit einem Stabmixer. Jetzt gebt ihr bis auf den Schnittlauch die restlichen Zutaten zum Lachs und püriert alles nochmal kurz. Zum Schluss hebt ihr noch den Schnittlauch unter. Und schon ist die Creme fertig. Wenn ihr sie als herzhafte Berliner Füllung nutzen wollt, gebt sie einfach in einen Spritzbeutel und spritzt sie dann in die Berliner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017